Seit 2015 tritt Claudia Jung nicht mehr in den Schlagerschoß von Florian Silbereisen auf, mit gutem Grund, wie sie nun offenlegt. Geroldsbach, in den die feste Schlagerschoß von Florian Silbereisen, 42, tummeln sich Ausgabe um Ausgabe die großen Namen der Branche, darunter Beatrice Egli, 35, Roland Kaiser, 71, oder auch Andrea Berg, 58. Manch ein Star wartet da hingegen vergeblich auf eine Einladung, während andere ganz bewusst auf die Chance verzichten, bei dem 42-Jährigen auf der Bühne zu stehen. So wie Claudia Jung, 59. Claudia Jung will nicht mehr zu Silbereisen, doch es liegt nicht an der Schlagersängerin selbst. Ihr letzter Auftritt bei Florian Silbereisen liegt bereits ein Weilchen zurück, 2015 war Claudia Jung zum letzten Mal beim Schlagerkönig zu Gast. Wohl eine ganz bewusste Entscheidung? Denn wie schon Vanessa May berichtet auch die 59-Jährige von einem Showverantwortlichen, der nahezu alles in und um die Sendung herum entscheiden wolle. Du machst das so, wie ich dir das sage, sonst kannst du nach Hause gehen, habe man ihr mitgeteilt. Berichtet Jung in einem Interview mit Freizeitmonat. Für sie war damit klar, ich bin seit 40 Jahren dabei, ich sage dann, gut, dann gehe ich nach Hause. Auslöser für die Unstimmigkeiten sei ein Hosenanzug mit tiefem Ausschnitt gewesen, den Claudia Jung bei einem solchen TV-Auftritt tragen wollte. Den empfand der Showverantwortliche allerdings als zu sexy, man sagte mir. Doppelpunkt zieh dich um, sonst gehst du nach Hause. Ich sagte, du kannst dir das aussuchen, entweder ich trage das oder ich gehe. Die Szene habe sich zwar nicht bei Florian Silbereisen zugetragen, die für die damalige Sendung zuständige Produktionsfirma sei aber dieselbe gewesen, so Jung. Schlagersängerin Claudia Jung bleibt eisern, ich trete nur zu meinen Konditionen auf. Die Wahlbeierin hat daraus ihre Schlüsse gezogen, und möchte sich nichts mehr vorschreiben lassen, ich trete nur zu meinen Konditionen auf, heißt, ich sage, was ich trage und welchen Song ich singe. Sobald wird man Claudia Jung also nicht wieder bei Florian Silbereisen sehen.